Hier präsentieren wir die 5 besten Bosch Geschirrspüler Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bosch SMU 68TS 06 E Serie 6 Unterbaugeschirrspüler. Perfekt 3 mit Zeolit beste Trocknungsergebnisse dank 3 der Luftzirkulation, trotz Kunststoffrezepturen. TFT Bildschirm intuitiver Programmwahl mit Klartext Bildschirm. Echtzeitdetails und Standdetails. Silenke Programm und Super Silenke Plus extrem friedlich bei 42 dB, auch ruhiger im Silenke Programm. Stil-Glaskorb sowie Glas 40C tolle Reinigungsergebnisse und auch zusätzliche Sicherheit für Weißweinglässer. VarioFlex Pro Carver und Vario Draver Pro optimale Modifikationsalternativen, im Schatten hervorgehoben, auf allen Ebenen. Nr. 4. Bosch SPV 24CX 00E Serie 2 Fähigkeit 9 Platzeinstellungen Energieeffizienzklasse A plus auf einer Energieeffizienzklassenskala von A plus 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 bis D. Energieverbrauch 220 kWh basierend auf 280 gängigen Reinigungszyklen mit Kaltwasserzahnfüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten bei reduzierter Leistungsaufnahme. Die tatsächliche Energieaufnahme hängt davon ab, wie das Gerät genutzt wird. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nr. 3. Bosch SME 46KS 01E Serie 4 Das Aqua-Stop-System bietet Ihnen 100% Sicherheit im Vergleich zu Wasserschäden. Bosch garantiert dies für die Lebensdauer des Werkzeugs. Schmutzentdeckung für glänzende, aufgeräumte Rezepte und minimale Wasseraufnahme. Hygiene Plus kann als einzigartiges Merkmal in mehreren sauberen Zyklen aktiviert werden und garantiert ein Höchstmaß an Hygiene mit antibakterieller Reinigung. Selbst wenn die Spülmaschine nur halb fertig ist, berechnet die Tonnenerfassungseinheit die optimale Wasseraufnahme und spart so Wasser und auch Energie. Nr. 2. Bosch SME 46KS 01E Serie 4 Extra-Austrocknung wählbare Alternative für extra detailliertes Austrocknen für Tonnen, die schwierig sind, vollständig zu trocknen. Glas 40C Sicherheitsprogramm für milde Reinigung sowie Trockenen Ihrer Gläser. Info leitet ein rotes Informationslicht auf dem Kabarett Sie, ob Ihr Werkzeug ein- oder ausgeschaltet ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch SME 46 LS 00E Bonus Trocknung wählbare Wahl für zusätzliche umfangreiche Trocknung für Tonnen, die schwer zu trocknen sind. Stille und auch angenehm leiser im Betrieb bei 46 dB. Glas 40C Sicherheitsprogramm zur schonenden Reinigung und Austrocknung Ihrer Gläser. Vario Flexkörbe sowie Vario Schrank optimale Verstellalternativen sowie Platz auf allen Ebenen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.